Willkommen zu einer neuen Folge. Legend of Zelda, links über Ekening. Wir stehen immer noch hier unten. Bisschen ratlos. Aber soll ja kein Problem sein. Vielleicht habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Deswegen gehe ich jetzt versuche ich nochmal zurück zu diesem... Komm, hör auf da. Ich habe doch eh keine Chance mehr. Das hat auch eh nur noch Deko. Zurück zu dem... Dungeon zu kommen. Der Ada-Fest. So. Hoffentlich kriege ich den Weg nochmal zusammen, wie wir da hingekommen sind. Kann ja nicht so schwer sein. Wir sind ja eigentlich jetzt hier schon überbrachial. Hier haben wir zur Freizeit sind vorbeigekommen. Die sind sowieso unbekommen. Vor allem unser Hühnchen ist weg. Gehen wir mal rein. Was macht der denn da mit unserem Hühnchen? Okay, dann behalt die mal. Scheinen sie ja zu freuen, bis wir abwinken. Die brauchen wir eher hier. Die scheint schon wieder irgendwo eine Zaubermuschel zu sein. Kann man eigentlich hier auch Sachen reinwerfen. Ach, Mensch. Okay, anscheinend nicht. So, hier waren wir... Oh, ich bin da noch nicht. Was ist da denn los? Okay, anscheinend. Das war's für mich. Das ist ja unser komischer Typ. Die sieht aber auch nicht sehr glücklich aus. Ach, jetzt kommst du endlich mal an. Kleine Eule. Ja im Westen aber, da sieht doch jetzt bestimmt nichts geändert. Komm wir gehen einfach trotzdem mal hin. Da wo wir eben schon mal waren. Wer hätte hier jetzt ja irgendwie was getan. In der Tat. Ich setz die Leiterverkehrsfuhr auch schon dran, ne? Immer noch alles gleich. Ach der tut mir so leid, wenn der die Wahrheit müsste. Der wird auch wieder dasselbe sein. Ja. 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 Oh. Ja. Ja, wir sind ja hier, hier hoch. Ja, hier ist nur dieser Berg. Ja, wie können wir hier weiter jetzt? Ja, hier ist nur dieser Berg. Vielleicht ist sie ja im Dorf jetzt und uns jetzt was zu erzählen. Wo sind die Dinger jetzt schon wieder? Ja, hier sehen wir uns noch zwei Puppen. Den Traumschrein haben wir auch schon erledigt. Das ist wirklich echt die Frage nur noch, wo wir als nächstes zuschlagen müssen. Also, er hat uns gesagt, hier im Westen, das kann ja nur das hier sein. Die andere Frage ist, wie kommen wir da hin? Hier ist irgendwie ein Hölleingang. Ich glaube, da kommen wir nur raus, wenn wir Dings sind. Ich glaube, hier muss irgendwo so ein Eingang sein. Am besten irgendwie hier so, denke ich mal, wird das sein. Und das wird dann hier hoch und dann hier so rum und dann können wir hier so rumgeistern. So denke ich mir das. Wir müssen jetzt irgendwas machen, damit dann hier irgendwas passiert. Bei der Kröte waren wir ja auch schon. Das Krötenlied haben wir auch. So, wir nehmen mal die Abkürzung hier. So, ich bin ja kein Volk von Treichen. So, ich bin ja kein Volk von Treichen. filter hier, mit dem Mal, schau mal. Oh, ich bin ja wieder die Kröten accommodulierde. Wie ist die Kröte? Oder die Kröten – Kröten, Raps oder was auch immer heißt? Oder die Krötenrap, oder wie er immer heißt? Das ist auch nichts, was mir da aneING stimmt. Äh, Zaubermuschel. Äh, Zaubermuschel. Äh, Zaubermuschel. Äh, Zaubermuschel. Verstehe nicht. 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 Verstehe nicht.